Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shin Megumi Tensei. Beim letzten Mal war es eine große Entscheidung, bzw. jetzt kommt die große Entscheidung, für wen werden wir uns entscheiden. Und wenn ihr ein bisschen drauf geachtet hättet, vielleicht konntet ihr euch das schon denken in den Kommentaren. Ich kann die leider noch nicht lesen. Und dann wüsstet ihr vielleicht, könntet ihr euch erraten, wen ich nehmen werde. Ich wusste, dass du zurückkommst. Ich bin ein Nack, das ich herauskomme, aber ich würde gerne deine Antwort wissen. Willst du mit mir sehen, Lilith? Ja, hat der Kuma etwa ein kleines Vorschadowing gehabt? Die ganze Zeit? Wer weiß. Go with Walter. Ich sehe. Also, du hast mit Walter geschehen. Ich sah, dich für die Residenzhalle zu machen und ich dachte... Aber ich kann nicht mit dir gehen. Es ist immer noch viel, was ich muss denken. Nein, wirklich. Ja, wir sind jetzt mit Walter verbündet. Das bedeutet, dass wir jetzt wieder zurück müssen. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier hingehen? Zu Jennifer. Okay, da passiert nichts mehr. Gut. Schade, dass Isabel nicht mitgekommen ist, aber vielleicht kommt sie später nochmal mit, denn sie war ja so ein bisschen verhaltensmäßig und... Also sie wird sich ja da raushalten ein bisschen. Und ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo sie war. Also irgendwie so ein Tempel und ganz nach unten und... Das ist dumm. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, wo es lang geht. Ich hoffe einfach mal, dass es Ginza war. Ich weiß wirklich nicht mehr. Und ja. Hat der Kuma wirklich ein Vorstelligen gemacht? Hm. Ja, ja, ja. Ach, hier ist ja die Passage. Ja, müsste es ja theoretisch hier sein, oder nicht? Äh, nein, lass mich bitte in Ruhe. Ich will nicht so oft kämpfen heute. So. Ach so. Scheiße. Was ist hier? Was ist hier? Ah. You have come my brother, ah. Lady Yuriko knows all. We caught an intruder, some punk from the Ashurikai. Ich bin auf Patrol, also ich kann dich nicht aufschauen, aber Lady Yuriko warten. Echt jetzt? Arschloch. Wollt ihr jetzt nochmal rein? Mann. Jetzt sag mir nicht, dass ich schon wieder diese Prüfung machen muss. Mein Gambo aber. Ah, er gleitet mich. Okay, das ist schön. Ich habe mich für dich erwartet. Es scheint, dass du die Menschen bist, die ich dachte, dass du vielleicht sein kannst. Dein Leben, die die Strongen können, wie sie sie sehen können. Wir haben alles entschieden, dass wir alles auf das tun haben. Die Wissen und Wissen, die ich dir gab, war nicht für nichts, dann. Wir gehen zum Camp Ichigaya zusammen. Daher werden wir kontrollieren, den Yamato Perpetual Reaktor. Und benutzen sie, um die Garten zu der Expanse zu öffnen. Was ist diese Expanse? Es ist der Hauptraum der Demen. Unsere Ziel ist, um die Demen zu erzeugen, die Inkarnationen des Menschen in dieser Welt zu erzeugen. Wenn alle Demen zu erzeugen, die aktuellen Strukturen der Autorität nicht mehr verfolgen werden. Die, die nicht auf die Demen zu erzeugen, und zu erzeugen, sie werden die Menschen mit der Kraft, um die Welt zu erzeugen. Was denkst du, dass das nicht ideal ist? Es ist, aber die Idee, dass der Präsident der Demen zu erzeugen ist, macht mich weich in der Knie. Aber du bist jetzt schon in der Lage mit Demen. Und du bist, seitdem du das Demen-Summoning-Programm begonnen hast. Ich werde das als eine neue Quest auf der Liste registrieren. Taima wird ein paar gefährliche Nationalen-Defense-Divinities in der Camp Ichigai-Gaia besucht. Ich werde dir helfen. Diesmal werden die Menschen sein eigenes Paradeus gebaut. Jetzt, lass uns gehen, glücklicher Samurai. Menschen bauen sein eigenes Paradeus. Das hat einen bestimmten Ring. Ich kann jetzt Lilith holen. Let's go back. Also, dann habe ich mich aber auf jeden Fall für die richtige Sache entschieden. Willkommen in der Kathedrale des Schäden. Und die Schäden. Jetzt! Und... steht sie schon hier drin? Ne, das ist nicht Lilith. Aber die wird bestimmt ganz weit oben sein. und Lilith ist, glaube ich, eine Fairy, ne? Ne, Quatsch. Lilith, was war? Das war Knight. Äh, Knight war, glaube ich, keine besondere Sache eigentlich. Vielleicht ist es sie. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass es die ist. Ist aber auch jetzt egal. So. Wir schreiben nochmal, wir haben ja gar keine Quest fertig gemacht. Warum ist das immer noch neu? Ja. Gut. Okay. Also wir müssen ja zum Camp. Ist plötzlich die Frage, wie kommen wir da hin? So. The True Paradise. Der Mato-Reaktor. Ich weiß nicht, wo das ist. In Camp Ichigaya. Das ist, das ist halt scheiße hier. Ich, da. Ich weiß trotzdem jetzt nicht, wo es lang geht. So richtig. Okay, dann geht das. Das ist doof, natürlich. Ähm. Oh, schon lange kein Fight mehr gehabt. Ich kann gar nicht mehr kämpfen, Leute. Angriff. Der hat ja... Also wir können ja mal wieder das machen. Tschüss. Most unlucky for you. No, er macht das auf den einzigen, der dagegen stark ist. So. Musik, geil. Immer nur geil. So, jetzt mal wieder zurück. Nach Ginza. Auf nach Ginza und dann mal ganz kurz schauen. Oh. Oh, wird alle ausweichen? Yeah. Wird er. So. Wir gehen nochmal hier ganz kurz ran. Wobei brauchen wir nicht. Nichts Neues, nichts Neues. Ich kann ja auch mal zu ihm hinlatschen, mal gucken, was er dann macht. Aber wahrscheinlich opfert er dann den, 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 den Samurai. Okay, bring ihn aus und ich werde schreien. Oh, ein Hunt. Du hast noch noch... Weißt du, dafür, dass er so... Also eigentlich müsste er sich ja freuen. Hey, ein Hunter, der bringt eine Ikone. Aber anscheinend nicht. Äh. Ja, das ist die Frage, wie komme ich da hin? Weil, wie gesagt, hier steht nichts. In Camp Ichigaya. Ja, wir haben hier nichts mit Ichigaya. Oder doch? Nee, könnte ich nicht. Scheiße. Geh mal nach, nach Norden raus. Vielleicht ist es da. Hm. Da wahrscheinlich wieder nicht. So. Es ist bestimmt schon irgendwo gewesen, wo ich schon mal lang gelaufen bin, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, man kann sich das leider hier nicht irgendwie an der Map anzeigen lassen. Kann ja mal kurz... weil, guck, wenn ich hier mit der, mit der, mit der, wenn ich die Karte entwege, dann, dann sehe ich trotzdem nicht, wo ich jetzt da hingehen kann, am besten. Also, das ist halt ziemlich kacke. Also, wirklich doof gemacht. Ich versuche jetzt noch ein bisschen was zu finden. Ansonsten... Ja, das kriegen die ja hier instant tot hier alles. So, die muss ich noch ein bisschen zur Seite legen. So. Und wenn ich... Wenn ich es dann nicht finde, innerhalb von fünf Minuten jetzt, also ab jetzt sozusagen, dann... Wenn ich dann halt den Pfad und dann gucke ich noch schnell nach, wo ich dann am besten lang gehen kann. Natürlich kann man jetzt so sagen, ja, du hättest, du hättest einfach nur aufpassen müssen, bla bla, und, oder, das ist genau da, und, warum kannst du das nicht wissen, und, wie gesagt, das ist halt ein Spiel, wo, achso, hier waren wir schon mal, wo, also, es sind allgemein solche Spiele, wo man einfach, sozusagen, nach einer Weile, also, man kann jetzt nicht jeden Tag aufnehmen. Also, ich kann jetzt nicht das Spiel hier durchzocken innerhalb von ein paar Tagen, so wie ihr zum Beispiel, also, die sich damit beschäftigen, also, die das gespielt haben damals, oder, wann auch immer, und, es geht einfach nicht. Ich habe jetzt nochmal zum Kreis gelaufen. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Deswegen, also, hier ist die Buino-Region. Ich werde dich noch ein paar Monster hier fangen. Ich weiß leider nicht, was ich jetzt schon habe. Gott, die sind alles Level. Ich kriege den trotzdem nicht, nicht in seinem Tod. Achso, weil der wahrscheinlich eine Death hat, eine hohe. Das ist aber peinlich. Drei mehr zu gehen. So. Hallo! Ah, das ist, das ist wahrscheinlich für eine Nebenquest. Für so ein Turnier, wartet mal. Turnier? Willkommen! Ich habe doch hier ein Turnier, oder nicht? Äh, hier. War das das? Ja, genau. Machen wir einfach mal. Vielleicht haben wir Glück und es ist hier. Hallo! Schade! Nein, 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 nein. Es ist wie Headlet, beziehungsweise. Das ist alles nicht das, was ich brauche. Auch nicht. Auch nicht. Äh, nee. Egal. Egal. Das war der normale Turm, ne? Ja. Das war der normale Turm. Aber es hieß doch schon immer hier, Angel Hazard Zone. Ist das schon immer noch? Dann hätte man ja so ein bisschen predikten können, was passieren wird mit dem Land. Also das ist dann aber wirklich neu. Aber hier gibt es auch nichts, ne? Aber da kommt man irgendwie trotzdem da runter, ne? Also irgendwie... Irgendwie geht das. Ich will noch ein bisschen gucken hier. Wo geht das nochmal hin? Buenus Station. Dann sammeln wir hier noch ein paar Relikte ein. Oder einen großen Gegner. Die ich nicht... Die ich nicht einsammeln kann. Tschüss. Kann ich leider nicht einsammeln. Den Asuga-Typen. Na wow. Maragi-Stein. Den hab ich... Auch schon. Ich könnte natürlich mal... wieder was versuchen. Können wir mal versuchen. Wir schaffen hier. Sorry. I'm gonna run one. Lol. Das war einfach. So. Dann müssen wir aber noch jemanden finden, mit dem wir dich funktionieren können. Also wirklich aus diesem Gebiet hier. Ah, komm her. Betreter? Ah, komm, hier. Ich kann dich verstehen. Let me go. Ach, komm. Das ist eine neue Quest. Ja, ich will find the body of my husband, Osiris. But the evil steps wasn't waiting for me. So du... Ah, okay. It's nice to have work. Okay. Ja, tschüss. Du, dich hab ich einfach kaputtgesonnert. Du musst jetzt mein Freund sein. Waiting for someone. Lol. Was ist denn jetzt los? Oh, mein ey. Das Ego von dem Breta, ey. Du bist gleich gedisst. Fusion. Bin ich searching? Ich muss fusion. Ist doch? Ach so. Ja. Ja, ja, ich bin doof. Äh, so. Nein. Nein. So. Mit Snake? Nee. Nee, 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 nee. Aber warum geht denn das nicht? Scheiße. Ja, genau. Ich mach daraus Aquans. Mhm. Alles klar. Ich mach den. Oh, klar. Warte, ich... Ich hol ihn jetzt mal. Kann ich nicht eine zweite Verbindung suchen? Äh, nee. Schade. Es dauert ein bisschen. Nee, das ist mit Long. Das ist auch nicht... Bestimmt mit ihm hier. Ja. Fuh. Cooligan. Den hab ich ja schon. Wir machen das trotzdem mal. Um einfach... Um einfach jetzt mal... Ja. Wir haben den jetzt gleich... Wartet. Den haben wir ja schon. Let's do this. Wow, 51 EP. Gut, dann suchen wir uns jetzt noch ein... ...und noch ein neues Monster. So, kriegen wir hier noch eins zusammen? Er ist doch wieder so ein Breta. Ah, nee, das ist Jack. Okay, Jack. Oh, mit ihm reden hier. Ja, mit dir kann ich reden. Was weißt du? Was weißt du, Jack? Okay. Ich weiß, was du kannst. Gib mir. Ja, komm hier. Kannst du auch haben? Dope. Nein. Marker? Leute. Du bist ein Arsch, ey. Okay, noch ein Jack over. Kann ich mir nicht holen. Den hätte ich... Den hätte ich jetzt... ...punischen müssen. Und einfach nur... ...einfach nur das Marker klauen. Willkommen in der Kathedrale von... Well, dann... Okay, jetzt kommst du, Hooligan. Jetzt. So, was... Mit was kannst du dich denn jetzt hier... Nein. Oder? Nee, das war der nicht. Doch. Nee, das war der Harrikin Jack. So. Äh, nee. Nee, natürlich nicht. Nee, ist wahrscheinlich in dem Kreuz drinne, wo das nicht geht. Geht. Scheiße. Nee, geht nicht. Ah, Mist. Mit Jack will er nicht. Ah, er ist in dem Kreuz, wo es nicht geht. Schade. Aber wir könnten noch mal ganz kurz schauen. Und zwar Jack the Ripper. Jetzt. Ah, du gehst wirklich nicht mit dem Hooligan, ne? Also, das ist... Ist zwar schade, aber lässt sich dann halt nicht vermeiden. Können wir jetzt... Können wir ganz schnell hier durchsappen. Es scheint wirklich nicht zu gehen. Nee. Die sind wirklich in Lügen. Ah, sorry. Die sind wirklich in diesem... Diesen... In diesem Kreuz. Dass es nicht geht. Schade. Dann werde ich mal... Top 10 reinnehmen. Was zeigst du mir? Achso, okay. Und dann... New Demons Only. Und dann das Compendium. LOL, was? Okay. Ah. Das ist aber... Top 10 und dann halt so ein... So ein Rotz, sag ich mal. Was ist das denn? Ach, die... Ach, Leute, den hab ich auch noch nicht. Dann holen wir uns jetzt mit dem und mit dem anderen noch ne... Noch ne Fusion, glaub ich. Mit Baphomet. Ich glaube aber, ich hol mir... Das sieht aber auch süß aus. Ich glaube, ich hol mir aber so einen ganz kleinen. Denn ich brauch die kleinen wirklich mal. Wobei... Brauch ich die... Jetzt noch? Das ist halt die Frage. Ach komm, wir holen den jetzt an. Obwohl, wir können den... Nee, wir holen ihn nicht. Den können wir auch... Dings holen in... In, ähm... Warte, was hat denn der hier für Skills? Nein. Der hier. Nichts. Oh, noch mehr. Nichts. Entweder das... Ja, ich... Ich nehm das hier. Der hat... Der hat, ähm... Mehr wegmachen. Dann kann ich ihn sozusagen ein bisschen als... Als Wegmacher sozusagen von meinen Statuseffekten benutzen. So. Und? Eigentlich ist er noch nicht... Ja, wir nehmen mal alles. Das ist doof, wenn wir... Wenn wir ihm nicht alles geben können. So, wir geben ihm... Eigentlich ist es auch blödsinnig, aber... Oh, ja. Wieso? Es gibt... Error! Das gibt's nicht. Es gibt wirklich diesen Error. Es gibt wirklich Fusions-Errors. Lol. Ein Dämon-Wendor-Plant-Result hat gegründet. Hurra, Fuzz-Slime. Es gibt wirklich die Fusions-Errors. Es gibt sie wirklich. Lol. Es gibt sie wirklich. Ich habe die ganze Zeit schon mir gedacht, okay, gibt es sie, gibt es sie nicht, gibt es sie, gibt es sie nicht. Und sie kommt. Wir haben sozusagen den Slime bekommen. Hatten wir den eigentlich schon vorher? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wartet mal. Status. Genau, ich muss hier ein bisschen gucken. Nee, den hatte ich nicht, oder? Aber guck mal, er hat die Fähigkeiten. Aber äh, schaut mal so ein Ergebnis an. What the fuck, ey. What the fuck. Okay. So, ich habe jetzt Slime drinne. Nur den Needs Only. Okay. Hamza. Dich habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Oder habe ich dich irgendwo mal gesehen? Aber cool, dass wir den jetzt auch freigestellt haben. Also, dass wir es so jetzt freigestellt haben. Der sieht cool aus. Er hat was. Aber ich glaube, ich werde ihn noch ein bisschen behalten. Und zwar nur deswegen, wegen wegen seiner Passiv, die er noch lernen wird, vielleicht. Und, ja. Also, vermute ich mal. Und dann würde ich mal sozusagen hier Schluss machen. Überraschendes Ende. Aber, ich freue mich, dass es sowas auch gibt. Ich habe das ja schon bedichtet. Und, ja. Dann, Tschüss.